Guten Tag, ich bin Mag. Dieter Gall, Apotheker und möchte Ihnen gerne meine Mitarbeiterin Joanna vorstellen. Schön, dass du da bist. Joanna wird mit ihrem eigenen Blog auf apotheker-gall.de berichten. Sie ist PTA bei mir und gleich nach ihrer Ausbildung bei uns eingestiegen. Sie ist PTA aus Leidenschaft. Naja, aber stimmt schon. PTA ist wirklich mein Traumberuf. Also in meinem Blog, den ich jetzt jede Woche machen möchte und der hier bei Apotheker Gall läuft, möchte ich euch alles erzählen, was ich so auf meiner täglichen Arbeit erlebe. Von neuen Produkten, alten Heilmitteln und den neuesten Tipps und Trends aus der Wissenschaft und der Medizin. Alles für eure Gesundheit, egal ob ihr jünger oder älter seid. Ich nehme euch mit auf Entdeckungsreise und wir werden uns auf das ein oder andere vor Ort anschauen, um mehr aus der Welt von zum Beispiel Heilkräutern oder Nahrungsergänzungsmitteln zu erfahren. Joanna, ich bin schon gespannt, was du uns alles zu berichten hast. Ich freue mich darauf und ich wünsche dir bei deinem Blog viel Erfolg. Und selbstverständlich stehe ich dir natürlich als Apotheker mit meinem Rat und Tat jederzeit zur Verfügung. Und Ihnen Gesundheit und Wohlbefinden von Ihrem Apotheker Gall. Und nicht vergessen reinzuschauen bei Joannas Blog, natürlich auf apothekergeil.de. Bis gleich! Bye! 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 Bis zum nächsten Mal.